Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, ein oder andere Hausgeber. Und heute kaufen wir uns das Haus, die in der man einziehen sollte. Die perfekte Wohnung, wenn du mit deinen Freunden abhängen willst. Sie ist durchgehend mit einer Küche, einem Ess und einem Wohnbereich. Sie ist so geräumig, man könnte meinen, dass einem eine Außenwand fehlt. Wir kaufen es, let's go. So, ich hoffe mal, da gibt es auch irgendwas zu tun. Weil wenn nicht, muss ich mir noch ein Haus kaufen, aber macht nichts. Weil ich vermute mal, dass es hier nicht so viel gibt zum Erledigen, so wie das jetzt schon ausschaut. Aber wir lassen uns überraschen. Okay, lade schneller. Lade, 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 lade. Lade jetzt. Stark, es lädt nicht. Das ist, äh, blöd. Hm. Ah, jetzt hast du geladen. Perfekt. Na gut, hier ist halt wirklich nichts viel zu tun. Okay, das kann ich auch nie wegmachen. Na doch, ein bisschen muss man hier auf jeden Fall wüschen. Hier ist aber auch irgendwas, was weg muss. Aber was? Ah, das hier, okay. Ist ja aber trotzdem noch was. So, ist weg. So, okay. Dann einmal hier. Oh, das wird hier unten sein, ja. Okay, dann haben wir hier alles schon mal weg. So, jetzt hier auf den Tisch. So. Warte mal, hier ist noch irgendwo dreckig. Ah, der Boden war dreckig, okay. So. Okay. Stapeln wir mal einmal die Bücher. Aber am besten so, dass sie auch passen. So. Zack. Den stellen wir wieder hier hin. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles erledigt. Ich kann das, ja. Wo sind denn hier überhaupt die Türen? Also, man sieht die Türen ja hier vor lauter lilanen Dingens Zeug nicht. Ah. Mit draußen war auch dreckig. So. Okay, also hier ist nichts mehr. Ah, hier ist das Badezimmer. So, habe ich direkt hier mein Müll gefunden. So. Zack, habe ich hier auch direkt. Ah, nee, habe ich nicht. Ist noch irgendwo dreckig. Hä, der sagt mir doch noch irgendwo an, dass hier... Ah, hier unten. Das ist ein Abstellraum, wo sehr viele Kartons liegen. Aber jetzt habe ich die auch weggemacht. So. Oh. Hier ist ja ein Fenster. Kann man hier rausgucken? Guck mal. Nicht so ganz. Gut. Die Türen habe ich gemacht. Ah, hier. Schlafzimmer ist hier. Das Schlafzimmer. Das habe ich hier aber auch soweit fertig. Hier gibt es noch eine Tür. Was ist das denn? Nee, ich will nicht schlafen. Hallo? Reinigen, bitte. Danke. So. Und so. Irgendwas? Ah, hier unten. So. Dann warte mal. Jetzt noch was. Irgendwo ist hier noch was. Ah, da. Gefunden. So. Haben wir jetzt hier schon alles fertig, oder was? Ja. Das ging relativ schnell, Leute. Wir können aber noch ein bisschen hier umräumen. Ich packe mal die ganzen Bücher hier hin. So. Ah, das sind ja hier wieder Blumen. Okay, hier ist nichts mehr drin. Guck mal, was ist das für ein Fernseher, Alter? Voll der kleine Fernseher. Na, was ein Wunder. Hier sind wieder Bücher. Hier sind wieder Bücher. So. Okay, zack. Das Bild hängt schief. So. Perfekt. Hä? Warum ist denn das hier umgekehrt? Ehrlich? Warum ist das hier umgekehrt? Wisst ihr was, was wir machen? So. Okay. Okay. Jetzt müsste es passen. Ja, jetzt ist es gut. Jetzt kann ich dich nämlich auch wieder da hinstellen. So. So. Zack. 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 Kann man es denn nirgendwo hinstellen? Egal. Okay, ich glaube, dann habe ich soweit auch alles fertig. Ja, was sind das hier eigentlich? Ach, das sind Inliners, oder? Ja. Ey. Hallo, lass mich hier hin. Gut. Die lassen sich da nicht mehr hinbauen. Okay, ich würde sagen, wir verkaufen das Haus. Denn mehr will ich hier auch gar nicht machen. So, wir haben minus 93.000 gemacht. Schauen wir mal, wie viel die Leute bezahlen. 106.000, das schmeckt. Wir fahren dann aber nochmal um 2.000. Zack. Das mache ich tatsächlich bei jedem. Und dann kriegen wir 14.000 Angebot. Ah, nee. Wir haben das Haus verkauft. Let's go, Leute. Wir sind ein Haus, äh, mehr Geld, reicher. Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Hoffentlich zumindest. So, jetzt müssen wir noch kurz warten. So wie bei jedem Spiel. So, warten wir mal eben, dass das hier lädt. Lade, lade, laden, 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 laden. Warum geht das nicht? Umdrehen. Ah, nee. Ist schon so richtig. Okay, so. Egal, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf meinem Discord-Sorber vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Fan. Ciao, ciao. Ja. Sau wir sammeln. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017